Das Jahr startet mit richtig genialen Events. Mega Brutalanda, neues Shiny, Lavita Community Day Classic, wie man sich jetzt schon vorbereitet. Niantic hat eigene Schuhe und mehr. Wir fangen direkt an mit der funkelnden Fantasie. 10. Januar 8 Uhr bis 16. Januar 22 Uhr. Finde ich interessant. Üblicherweise sind die Eventzeiten 10 bis 20 Uhr. Und will man uns hier 4 Stunden extra geben? Hätte ich, glaube ich, nichts dagegen. Einzige Ausnahme, das hat Niantic gesagt, die Raid-Bosse, die ändern sich dann erst ab 10 Uhr. Keine Ahnung, das ist wohl falsch einprogrammiert worden oder mit Absicht so. Ansonsten, es sind wieder die Fangboni zurück, wenn man in den Kreis hineintrifft. Also die doppelten Fang-EP, wenn man gut, großartig oder einfach fabelhaft trifft. Dann extra Fangbonbons. Das war so in etwa eines extra für gut, eine 2 für großartig und 3 für einfach fabelhaft. Und eine erhöhte Chance auf XL-Bonbons, erst ab Level 31, wenn man in den Kreis hineintrifft. Das mag ich immer sehr, weil man sich da beim Fangen auch gerne bemüht, um eben zusätzliche Boni zu bekommen. Eine Sammler-Herausforderung wird es geben, kostenlos. Da bekommt man 50 Mega Energie für Mega Brutalander, eine Lade-TM und eine Sofort-TM. Und außerdem Snapshot-Überraschungen, wo man Pokémon vom Typ Fee oder Drache bekommen kann. Einfach irgendwelche Pokémon fotografieren. Dann sollten die auftauchen und auf der Karte kann man die dann fangen. In der Wildnis dreht sich alles um Typ Fee und Drache. Richtig geniale Pokémon sind da dabei, wie ich finde. Und Shiny Dedenne, neu! Gestern oder vorgestern im Video, Januar-Quests, habe ich noch gesagt. Hey, pusht doch nicht bitte immer so viel Dedenne, Toggedemaro und so, ohne dass die Shiny sein können. Und eines davon haben wir nun abgehakt. Sehr schön. Wird auch in der Wildnis auftauchen. Nicht mal mit dem Zusatz irgendwie selten oder so. Selten sind Viscora, eine genialer Drache. Und FM, geniales Shiny. Auf die freue ich mich schon. Kindwurm wird auch in der Wildnis auftauchen. Ordentlich XL-Bonbons sammeln für die Mega-Entwicklung dann auch. Trassler wird ebenfalls irgendwann, vielleicht schon bald, Mega-Entwicklungen bekommen. Toggedek finde ich auch spitzenmäßig. Also, ich kann mich da überhaupt nicht beschweren. Ein geniales Event. Wir haben auch Feldforschungen und Raid-Bosse. In den Feldforschungen selten Viscora und Dedenne ebenfalls. Ganz normal. Ne Kindwurm, auch mal schauen, welche Quests das dann genau sind, was man dafür machen muss. Und die Raid-Bosse, da haben wir Dedenne im Dreier-Raid. Das finde ich witzig. Hatten wir das schon mal im Raid? Das würde ich eher im Einser-Raid sehen, so vom Pokémon her. Aber finde ich genial. Ich mag die Dreier-Raid. Sekrom wird Kreuzdonner bekommen, wenn man es in dieser Zeit fängt. Blende ich kurz ein, von wann bis wann. Also nach Kreuzflamme für Rejiram, nun auch Kreuzdonner für Sekrom. Und das ist sowieso, unabhängig davon, ein starkes Pokémon. Auch jetzt schon. Dann haben wir hier, das Teaser-Bild finde ich auch sehr genial. Mega Brutalander. Und in Shiny wird das dann natürlich auch verfügbar sein. Typ Drache-Flug, beide Typen schwach gegen Eis. Also sollte man hier keine großen Probleme haben, das Ding zu besiegen. Einfach paar Eis-Pokémon vorbereiten. Und es ist vermutlich unfassbar nützlich. Nicht nur vermutlich, das streichen wir raus. Es ist unfassbar nützlich. Ich habe mal wieder einen Raid gegen Palkia simuliert. Also Mega Brutalander ist hier noch nicht eingetragen. Aber im Allgemeinen, Kindwurm lohnt sich. Die Feldforschungen, holt euch gute Kindwurm, holt euch XL-Bonbons. Denn Krypto Brutalander aktuell auf der 1, was Drachen-Pokémon betrifft. Das normale Pokémon auch sehr weit oben. Und Mega Brutalander wird sich vermutlich so in etwa auf einer Stufe mit Krypto Brutalander einreihen. Wenn nicht sogar noch ein bisschen höher. Und es hält aber dafür dann mehr aus noch dazu. Weil es nicht 20% mehr Schaden nimmt wie das Krypto-Pokémon. Und im Allgemeinen hat es natürlich höhere Werte. Schickes Event, coole Drachen. Da freue ich mich drauf. Hoffentlich aktiviert Niantic auch sämtliche angekündigte Boni und Pokémon. Und wenn wir schon bei Raid-Contern sind, gegen Mega-Glurak-Y. Hat nichts damit zu tun, dass das Pokémon irgendwie zurückkehrt. Aber da sind nur Gestein-Pokémon gefragt. Und worauf könnte ich hinaus wollen? Krypto-Despota mit Katapult-Steinkante auf der 3. Und das normale Despota auch relativ weit oben. Und stellt euch mal vor, wenn irgendwann Mega-Despota kommt. Weil die Lavita-Grafik, die im Code gefunden wurde, hat tatsächlich wieder auf den Community Day Classic hingedeutet. Mit Lavita am 21. Januar noch immer von 14 bis 17 Uhr. Ist eine klassische Variante, also auch abgespeckte Boni. 3-fache Fang-EP gibt es in diesen 3 Stunden. Aber das ist wirklich für alle. Egal, ob ihr damals schon gespielt habt. Ob ihr 30 Schillernde Lavita besitzt. XL-Bonbons kann man für die Mega-Entwicklung nie genug haben. Die Krypto-Variante ist zwar im Raid besser. Aber Krypto lässt sich nicht Mega entwickeln. Also benötigt man sowieso auch ein gutes Normales mindestens. Und man bekommt durch die Entwicklung die Sofort-Attacke. Diesmal eine Sofort-Attacke Katapult. Und die benötigt man, wenn man es für Typ Gestein verwenden möchte. Aber Despota ist universell verwendbar. Auch bei Typ Unlicht. Also hätte man wieder zwei Fliegen mit einer Klatsche geschlagen. Das normale Despota ist bei den Top-Spielern, die viel raiden und alles haben, eigentlich eher schon komplett in den Hintergrund gerückt. Aber die Krypto-Variante sowie die Mega-Variante, die werden sehr, sehr brauchbar sein. Nach wie vor. Mal schauen, wann wir Mega-Despota erhalten. Aber der Lavita Community Day Classic wäre damit mal abgehakt. Ist vom Typ Gestein und Boden. Also das Lavita. Und es lohnt sich wirklich, wenn ihr da jetzt noch eine Mega-Entwicklung auf Level 3 bringt. Sind noch einige Tage. Das schafft ihr. Pro Tag kann man einen Fortschritt bekommen, sowie eine Interaktion. Mit Freunden ist das auch bei Mega-Entwicklungen einmal pro Tag entwickeln, wenn ihr genügend Energie bei irgendeinem Gestein oder Boden-Pokémon habt. Der Unterschied bei den XL-Bonbons und den normalen Bonbons und so, das spürt man schon. Wenn man da eine Mega-Entwicklung drei Stunden lang aktiv hat im Event Zeitraum und komplett fängt, würde ich jedem empfehlen. Dann läuft das schon. Wer schon läuft, und zwar 150 Kilometer in diesem Monat, der nimmt automatisch, ich glaube, ob ihr wollt oder nicht, an einer Verlosung teil, wo man unter anderem Pumaschuhe mit Niantic-Brand bekommen oder gewinnen kann. Die haben einen Bonus und zwar erhöhen sie die Laufgeschwindigkeit um 50%. Moment, nein, da waren meine Informationen falsch. Kaufen kann man die nicht, sofern ich das gesehen habe, aber ja, viel Glück an alle. 150 Kilometer im Januar, das kann man schon schaffen, aber rechnet euch keine hohen Chancen aus, denn es gibt sehr viele Trainer, oder sagen wir Accounts, die diese Kilometer an einem Tag zurücklegen. Das Jahr hat gemütlich begonnen mit dem Neujahrsevent, wo nur die Hälfte aktiv war, aber funkelnde Fantasie, das hört sich gut an, Mega-Brutalanda, Lavita Classic, auch irgendwann Mega-Desputer und so. Der Januar wird auf jeden Fall besser und man benötigt für nichts ein Ticket. Ist das nicht wundervoll? Dann würde ich mal sagen, soll es das für diese Folge gewesen sein. Ich bedanke mich natürlich wie immer fürs Zusehen und es geht einfach beim nächsten Mal weiter. Boop, boop.